ja leute herzlich willkommen zu einem angespielten let's play wie ihr sehen wollt zu among the sleep ja das kam jetzt als alpha raus oder globale alpha das heißt jeder kann die runterladen auf ihrer kickstarter seite hier kann dann oben die öffnen im browser und dort könnt ihr das spiel wie gesagt in der alpha version kostenlos runterladen ja was geht es in among the sleep wir sind ein kleines kind allein daheim wahrscheinlich um 24 uhr oder so und das kind streift dann so durch oder krabbelt hier durch das haus wahrscheinlich so ist es soll ein horror game sein so hier public alpha 0.2 haben wir also wenn jetzt fehler auftreten dann kann ich nichts dafür es liegt am spiel aber die wickler waren uns vor so loading wer als weg uns bewegen space um zu klettern krabbeln und stehen mit ctr also ist der gehe und klicken und reggen ja zu ziehen wie weiss im länder okay der klick kann also schon gehen wir doch nicht so ein kleiner reno nicht nach mami so genau tisches in deutsch gibt sie nicht also in englisch bis jetzt in deutsch gibt es die mutter noch was vor was geht es hat und langsam wieder die klubschau oh nicht müde die sind noch wach kurz munter so klubschau jetzt wach die klubschau hä? ok also da haben wir jetzt wieder irgendwas was den teddyburn zum leben merkt und dann nach oben zieht ok der teddybeer haut es ab das ist unsichtbar der hat den weg genommen ja genau es hat uns ein Kinderbett mitgenommen NEEIN lass mich in Ruhe na ums Baby aua verdammte Axelwalde das arme Baby hmm spiel toy da seht ihr jetzt schon die Hände hey wir können den aufheben hmm stehen Baby kann aufhecken oder kleines Kind hier ne Baby meh nicht mehr spielen wollen der fällt nicht um so so Baby krabbelt lieber so so was haben wir hier die sind erst eingezogen so wie es aussieht wahrscheinlich haben wir hier wieder die United Engine die wird ja zur Zeit öfters benutzt bis der brauchen einen Schlüssel ok aber hier kann man dann irgendwie in die Türklinke hoch vielleicht gehts ja climb kann er also auch nicht wir brauchen den Schlüssel er kann sogar rennen er sieht so ein bisschen laggy aus aber ok wie gesagt ne Alpha so daddy komm ich denke mal dass wir allein zuhause sind ich habe vorhin gesagt aber ich weiß es ja nicht weil ich hä hallo entweder die huschen dort dort drüben oder was geht hier ab aus Baby sackt aus so stehe da drauf super effektiv noch was hm das wie in Ruhe knarzt so schön knarzt 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 könnt ihr mich sehen Boxer waa I'm the tiger wup wup da kann er nicht mal richtig werfen ok also ein Basketballer wird der nicht hat so wenig Kraft Baby hat Angst kann sich das Baby vielleicht verstecken oder so wir haben sie ja auf jeden Fall irgendwie so ein Gitter davor gemacht dass das Baby ja nicht da runter kommt weil irgendwas hört man noch da oder und hier kann man nichts aufmachen was war anders wusch blup Baby möchte runter Baby möchte runter Baby möchte runter wieder abgeschlossen verdammt Ball ok man kann also nicht auf dem Ball drauf stehen ich komme da drüber also hat man das eine Zimmer weiter kommen wir nicht was brauchen wir denn hier was war das pack auf das Baby in Ruhe Baby will sich verstecken dann kann das Baby auch nicht hoch dann kann das Baby auch nicht hoch ich dachte schon nein was ist denn das jetzt der Teddy beredet mit mir Teddy beredet mit mir Teddy beredet mit mir du bist ne Mutter für ne ja klar Teddy ja ich bin Alter schreck mich nicht so du Drecks knarzt Ding ich hab den auf dem Rücken habt ihr das gesehen Stile ich krabbel jetzt mal wow da ist noch viel schneller krabbeln kann der Wind welten meister los gehts nimm Teddybär auf dem Rücken hä Baby hat Angst schwarzer Mann soll ich weg wer bist du du bist nicht mein Spielzeug ich hab schon einen der gehört mir ein Baby mag das nicht was haben wir denn hier hä was soll das sein naja der Fernseher hab's ja auch am Anfang gesehen oder irgendwas Baby 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 kommt Baby verdammt Baby verdammt was war das hä es kommt hier unten durch ach du scheiße ich musste den Beet okay Leute raus hier Baby Baby weh Blatt Teddybär okay so weh da kommt jetzt ein Viech irgendwas ins Haus eingedrungen Baby mag das gar nicht Baby hat keinen Bock dazu aber Baby Baby ist stark ich bin Baby ich bin Baby lass das arme Baby in Ruhe ich hab ja Bock da so wenn das wirklich da wieder rum geht dass der der Teufel das kleine Baby holen will ist jeder von nem kleinen Baby hä da kommt ein Bub raus ja was soll das sein weiter die Luft da fragt man die Fresse ich habe hätte abgesehen oder so schnuller äh hier seh ich fäschchen nom 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 steh mal auf was östicke frokost ach ne irgendeine kost zu fressen zu fressen wir können wieder zum Stuhl mit mein Baby kann da auch draufstehen ich denke mal dass wir den alter ach ne soll das nicht Peife Baby wirft Radio runter öh ich das Bebe ich nehme jetzt den Stuhl mit aber warum kann man hier rein ja hallo Baby mag das nicht schon wieder so ein hässiges Vieh in der Ecke Baby nix Baby nix wollen sein das Kuscheltier Baby wollen weitermachen Baby wollen nicht sterben Babys dürfen gar nicht sterben verboten hier in Deutschland auch äh hier im Spiel also lass Baby in Ruhe und wir sind alle glücklich so jo Klinke gedrückt und Baby glücklich hä? Alter Baby geht wieder in die andere Position Baby rein die Tür auf Baby ein Regal verstecken wieso habe ich jetzt auf einmal so einen heftigen Herdschlag es geht ab Baby what the fuck nein das hat ja mal die Tür versperrt mit dem Wesen Baby Alter übertreibst halt Babys mögen keine Dunkelheit Leute stellt euch mal vor das kommt mit Uja raus also mit der komischen äh wie heißt es noch mal 3D äh Todesbrille also werdet ihr selber das Baby sein und könnt durch die eigenen Augen scho- äh durch die Baby Augen schauen das wäre doch krass oder? gib mir einen Schock fürs Leben Baby muss sinken Baby in Ruhe was verdammt noch mal Baby in Ruhe hä? weiter weiter Baby was war denn das? Baby mach Tür zu Pfff Pfff gut jetzt sind wir wohl ach in der Garderobe okay Stiefelchen die gehören bestimmt dem Daddy njaa Schuhe raus alles raus Ausverkauf ui macht Spass kann das Baby wieder hoch? ja kanns rausziehen yeah oh yeah Baby hat's drauf Baby kanns hm wir müssen das Ding aufmachen hier sind die Eltern bestimmt bestimmt verschimmelt Mami Papi Hallo so erstmal schauen wie die Lage ist hier unten vielleicht können wir alter quetsch dich nicht aus was machen die Baby Baby will zu euch ins Bettchen Baby will äh Baby muss runter Einbrecher oder irgendwas was ja genau klar man da hat sich gar nicht zu kochen was geht ab das Ding mal da aus dass ich mich da verstecken kann die auch die Stimme die auch die Stimme ist das ja und jetzt ja und jetzt hä hä was geht jetzt ab was geht jetzt ab was geht denn hier ich höre immer noch was komisch Musik machen hä naja toll wir wollen ja keine Erziehung bekommen beeil dich naja was geht hier ab Hölle und so oder was beeil dich hab du kleine Braten nein 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 wie sieht aus wie so ein wie nennt man Skarmof ja genau das Baby hatte gerade eine Männerstimme Mann was magst du das Baby verdammt hä ok definitiv sind wir jetzt in einer anderen Welt ich dachte schon hat sie irgendwelche Hallos aber in einer anderen Welt ok es hat nicht so viel mit Horror zu tun nur wo es eigentlich so sein soll oder nicht so wir holen jetzt hier die böse Hexe unsere Mutter ist eine Hexe Bär geh rein mach die Tür auf jo danke Bär ah ok wir haben jetzt gerade die Alpha durchgespielt jetzt seht so wie es weitergeht viel Spaß ach du scheiße ach du scheiße Monsly thanks for playing jo und danke euch fürs Zuschauen wenn es euch gefallen hat könnt ihr mir einen Daumen hoch geben abonnieren und ja comment untersetzen bis dahin sage ich tschau und jo joke out